Jo, moin Leute. Willkommen zurück zu Borderlands 2. Die Zeitraffenfolgen sind hoffentlich vorbei. Ich hoffe es war nicht zu schlimm. Es war halt so, dass wir zwei Stunden lang am Stück aufgenommen haben und danach, als ich die Videos bearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass nach 45 Minuten einfach der Ton fehlt. Den hat dann Fraps einfach nicht mehr aufgenommen, was natürlich ein bisschen doof ist, aber da kannst du nichts machen und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ihr dann fünf Folgen lang ohne Ton gucken müsst, müsst es sowieso. Das ist sowieso nicht. Aber, ähm, ähm, gucken dürfte ich. Genau, es ist eine Ehre, ja. Ähm, dann lieber im Zeitraffer. Insgesamt, also ich habe mir das auch selber angeguckt und fand es eigentlich ganz lustig, so im Zeitraffer. Ähm, ja. Also jetzt geht es auf jeden Fall hoffentlich wieder nochmal weiter. Bei den Testaufnahmen hat es ganz gut funktioniert. Von daher klappt das jetzt hoffentlich. Dann ist Ja, und ich hatte den Fail, dass irgendwie alles bei mir weg war. Also, wie man vielleicht sieht, ich bin Level 8, nicht nur Level 10. Denn bei mir hat sich das irgendwie zurückgesetzt. Nein. Fabi hat das Spiel irgendwie nicht mehr gespeichert. Warum auch immer. Das wissen wir. Auf jeden Fall, als wir ja vorhin starten wollten, hat wir gemerkt, dass Fabi sogar erst Level 7 ist. Und deswegen haben wir kurz ein bisschen hingelevelt. Ein Level. Ich glaube, ich war sogar 11, aber egal. Achso, achso. Ja, ja. Nein, eigentlich davor Nice. Ich würde schon schönen Schaden austeilen. Warm. Ähm. Da, 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 da. Okay, würde ich sagen. Wir haben das Geld snacken. Und weiter geht's. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir gemacht haben, weil die letzte Aufnahme ist schon ewig her. Wie er gemerkt hat, danach war auch eine lange Pause, wo ich gar nichts hochgeladen habe. Und dann jetzt halt das neueste Video MP2. Ja. Ja. Okay. Alter, ihr seht schon. Na ja. Mein geiles Aim. Nein, keine Muni mehr. Wahrscheinlich habe ich keine Snipe-Muni mehr begeistert. Ah, ich hab ja ne geile Hand hier. Alter, was sind das für eklige Kackviecher, die Skeks. Ja, widerlich. Ja. Hast du mich grad gegriffen, der Home? Störbsgeck. Komm her. Ich muss mir schnell ein bisschen Schild holen. So. Nein, ich werd von Skeks eingeengt und da ist auch noch von Spockersgecks. Dreckssicher, kommt her. Ihr seid hier nicht erwünscht. Haut ab. Alter, was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Viech? Ha, ich hab ne Wann hat. Geile Anpassung. Hammer. Geil. So, warte dann. Gehen wir mal schnell zu Fabi. Bad Ass Snack Skag. Der brennt nicht. Alter. Wtf. Ah doch, er brennt. Aber er ist. Mit später ist die normal. Pfff. Stopp doch. So. Schnauze jetzt. Ah, endlich weg. Denn. Ja, ich glaub das war's mit dem was so zu sagen ist. Ja, ich schon. Ich muss jetzt halt besonders aufpassen, wie man vielleicht schon merkt. Ja. Ah, okay. Ich weiß, was wir jetzt für eine Mission machen. Okay. Sehr gut. Kennen wir alle schon. Ja, genau das ist es. Also ich hab noch nicht so weit gespielt wie der Tobi. Wir haben das zusammen gemacht. Aber es ist trotzdem schon weiter als hier. Und ich weiß, dass das jetzt schwer wird. Ach man, lass nicht doch einfach hier hoch hier. Ist doch eine Kiste. Ja, eine Kiste. Ja, eine Kiste. Hat der geil da hochkommen. Da kommt sogar eine Leiter hin, gell? Das haben wir irgendwie bei... Jaja, meine ich ja. Das ist keine Waffe. Das plant dann ja wahrscheinlich auch noch die Waffen, die ich brauch. Bisschen Geld. Und ich geh trotzdem hoch. Kann ich schön von oben hier snipern. Genau. Lass ihn mir, lass ihn mir! Gerne. Danke. Moni, schau. So, was ich jetzt lieber gerne mal testen würde, ist... Okay, geht nicht. Jetzt müssen wir nicht so viel... Na, ich werd schon abgeschossen. Ja, nice. Jetzt. Ich bin dann mal weg. Ich hab die Snipern von mir. Ja, also diesen Normaden mach ich ein bisschen Geld für Schaden mit meiner Hand. Und dann snipe ich den auch weg. Okay, das ist irgendwie nicht so leicht auf die Empfehlung, die ist voll impräzise. Nicht die Sau. Wie viele Normaden wollen denn noch kommen? Nein, ich hab keine Munition mehr. Ah, du fragst mich wieder 30 Schuss. Was? Auf, der ist durch. Wird doch stehen, du Omo. Au! Au! Die schmeißen grad Granat zu mir. Ich bin grad runtergefallen. Ich bin grad runtergefallen. Hier, wo muss das? Ja, also kann man die Rotten auch rausziehen. Seien wir zu, sind die Rotten mit einem Schlag. Da war noch einer? Boah, ich brauch Trinken in Munition. Alter, wie viel selbst noch Psychos laufen da grad auf dich zu? Nein! So, schnell mal die Handwaffe wiederziehen. Oh Leute, was hab ich denn hier für ne geile Waffe? Beleb mich mal... Beleb mich mal lieber wieder. Ich klau dir erstmal alle Kills und dann belebe ich dich wieder. Ja, wie immer. Ja klar, den wollte ich grad holen. So, den hol ich mir jetzt mit einem Schlag. Oh, doch nicht. Schade. Wo ist er? Weg ist er. Oh, boah.